Oh! Don't you wanna dance, baby? Don't you wanna dance? Unser heutiger Ehrengast im Publikum, der legendäre Musikproduzent Mr. Clive Davis. Meine Stimme ist weg! Was? Du eröffnest die Show heute Abend. Keine Widerrede. Ich bin deine Mutter. Wie heißen Sie nochmal? Whitney Elizabeth Houston. Mach auf! Es läuft, es läuft! How will I know? Mein Traum? Singen, was ich singen will. Sein, wie ich sein will. With every heartbeat. Ein möglichst großes Publikum erreichen. How will I know? Viele ihrer Kritiker sagen, ihre Musik ist nicht schwarz genug. Also, ich weiß nicht, wie man schwarz singt und wie man weiß singt, weiß ich auch nicht. Ich weiß, wie man singt. Ich habe gerade die größte Stimme ihrer Generation gehört. Maybe. Maybe. Es muss ins Ohr gehen. Ins Ohr gehen. Ja. Das kriege ich hin. Ha, ha, ha!